Da der Premierminister mit der Solar-Allianz begonnen hat, denke ich, es gibt eine immense Chance. Nachdem ich mit verschiedenen Führungspersonen auf der ganzen Welt gesprochen habe, denke ich, dass Indien und der Premierminister von Indien die Führung bei der Regeneration der Böden in Indien auf der ganzen Welt übernehmen könnten. Die Motorradreise, die Sadguru unternommen hat, etwas, das seit seiner Kindheit seine Leidenschaft war, war beschwerlich. Sadguru hat sich auf diese Reise gemacht, was lobenswert ist. Und ich bin zuversichtlich, dass nicht nur die Welt dem Boden jetzt mehr Ehrfurcht entgegenbringt, sie müssen auch die Stärke und Kraft von Indiens Böden kennengelernt haben. Meine besten Wünsche an dich. Danke. Und ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden.